Wohnst du hier Maus? Ich arbeite bei der Staatssicherheit und bin auf dich angesetzt worden. Alles klar. Wir müssen in diese sogenannte Szene eindringen. Aufklären, provozieren und zersetzen. Ah, ne Negativ-Dekadente. Ja, das ist schön. Sie ist ihr Freund. So ne Freundin zu haben ist schon was Tolles. Kann ihr ihr Bruder sein? Nee. Kann ich ihr Bruder sein? Das ist nicht, nee. Ich hab's auf Bild. Ich auf Ton. Ich hab's mitgeschrieben. Hast du mal in den Geschreibster von dem Jungen geguckt? Das sind keine Berichte. Das sind hier Dichte. Ich kündige! Ich bin ein Arschloch. Haben Sie auch ein Rosé? Klärchen. Schilleböhnchen. Ich wollte einen einen Bruder sein. Ich bin ansitto. Ich bin ans passa. Ich bin ansioso. Ich bin ansitze. Wenn ich, was nicht mehr wundern, ich habe dasignal. Ich habe dasignal.